Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Mein Name ist Emma Stapel und ich melde mich heute aus Heidenau, einer kleinen Stadt zwischen Dresden und Birna, wo die NPD am Vorabend des 1. Mai einen Lapion-Umzug veranstaltet. Das Motto der Veranstaltung ist, Kinder sind unsere Zukunft für ein soziales Sachsen. Und wie man sieht, sind heute Abend jung und alt auf den Beinen, um anlässlich des Tages der Arbeit die Flagge oder besser gesagt leuchtende Laternen zu zeigen. Für die Nationaldemokraten ist die Familienpolitik ein besonders wichtiges Thema. Nicht nur, weil bereits hier in Sachsen jedes vierte Kind von Armut betroffen ist. Familie ist Trumpf, so lautet nicht nur der Titel der aktuellen Ausgabe der Deutschen Stimme. Dieses Motto steht auch als Leitsatz über der sozialpolitischen Agenda der NPD. Wir wollen, dass Familien mit Kindern besonders gefördert werden, weil nur sie der Garant für die Zukunft unseres Volkes sind. Die dauerhaft niedrigen Geburtenzahlen hätten die politischen Verantwortungsträger längst wachrütteln müssen. Doch statt dem demografischen Niedergang mit einer aktiven Bevölkerungspolitik entgegenzusteuern, wird der Entwicklung tatenlos zugesehen und nach weiterer Zuwanderung gerufen. Hinzu kommt, dass pro Jahr etwa 100.000 Kinder nicht das Licht der Welt erblicken, weil sie abgetrieben werden. Kürzlich wurde im Europaparlament sogar der sogenannte Tarabella-Bericht verabschiedet, der die Tötung ungeborenen Lebens quasi zum Menschenrecht erklärt und sich dafür ausspricht, den Zugang zu Abtreibungen weiter zu erleichtern. Die NPD lehnt dies vehement ab. Wir sagen Ja zum Leben und fordern, dass diesem Grundsatz nicht nur die Schwangeren-Konfliktberatung, sondern auch die Gesetze zu folgen haben. Traurig, aber wahr. Familien mit Kindern haben in diesem Land keine Lobby mehr. Wir wollen ihnen deswegen auch auf politischer Ebene wieder Gehör verschaffen und setzen uns für ihre Belange ein, statt uns um Randgruppen und sexuelle Minderheiten zu kümmern. Darum fordern wir zusätzlich zur Leistung wie dem Kindergeld die Einführung eines Müttergehalts und eines zinsfreien Familiendarlehens, um echte Wahlfreiheit bei der frühkindlichen Betreuung herzustellen. Zugleich setzen wir uns für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ein kostenfreies erstes Kita-Jahr und kostenlose Mittagessen in Kitas, Kindergärten und Schulen ein. Darüber hinaus müssen Familien mit Kindern auch steuerlich deutlich entlastet werden. Darum plädieren wir für eine Weiterentwicklung des Ehegattensplittings zu einem Familiensplitting. Wir Nationaldemokraten bekennen uns zur Gleichberechtigung von Mann und Frau und erkennen ebenso die Unterschiedlichkeit der Geschlechter an, während die lebensferne Gender-Mainstreaming-Ideologie das Geschlecht zu einem sozialen Konstrukt erklärt, das frei wählbar sei. Solche Kopfgeburten dürfen nicht Grundlage staatlichen Handelns sein. Zentrales Anliegen unserer Arbeit ist die Schaffung eines lebenswerten Umfeldes für unseren Nachwuchs. Sorgen wir dafür, dass Deutschland wieder familien- und kinderfreundlicher wird. Denn Kinder sind unsere Zukunft. Wir sind nun wieder in Heidenau. Hinter mir ist die Anschlussumgebung in vollem Gange. Es spricht Rekorrent Stadtrat hier in Heidenau. Und neben mir steht Thomas Sattelberg, Kreisvorsitzender der NPD hier in der Sächsischen Schweiz. Herr Sattelberg, Sie selber sind Vater freier Kinder. Warum sind wir heute am Vorabend des ersten Reis mit dem Thema Familie auf der Straße? Weil die Familie, die Buchlage und die Staaten sind unsere Gemeinschaft. Und das Allerwichtigste ist, dass die Kinder unsere Zukunft sichern und so den Bestand unserer Gemeinschaft und unseres Staates gesichert sind. Sehr schön, vielen Dank. Des Weiteren steht neben mir die Frau Würtgen mit ihrer Tochter. Frau Würtgen, eine ganz kurze Frage, die hat Ihnen gefallen heute. Und dir hat es auch Spaß gemacht? Klasse, das ist doch ein schöner Schlusswort. Ich verabschiede mich nun mit ein paar weiteren Eindrücken von diesem Abend. Und noch ein Anliegen in eigener Sache. Sie können uns mit einem Abo der DS unterstützen. Oder werden Sie Förderer von DS-TV. In diesem Sinne, bis zur nächsten Sendung, Ihre Emma Staple. In diesem Sinne, alles Gute. LaTherne, Sonne, Mond und Sterne. Wir sorgen dafür, dass Deutschland wieder familien- und kinderfreundlicher wird. Diese Menschen müssen trotz Arbeit, trotz harter Arbeit, Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Das war es optimal. Was ist jetzt bei uns? Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017